Wie kann ich die Gold-Silber-Strategie für mich nutzen? Sie brauchen einen Anbieter mit minimalen Handelsgebühren. Zweitens, Sie brauchen einen Anbieter, der Ihren Edelmetallbestände sicher vor staatlichem Zugriff schützt. Drittens, Sie brauchen einen Anbieter, der es Ihnen ermöglicht, jederzeit Gold und Silber zu kaufen und zu verkaufen, auf Knopfdruck, ohne dass Handelsplattformen geschlossen werden.